Nicht Geburtstag Party Scheiße, nicht alles vollgemacht, Mist, aber egal, komm Jetzt machen wir Tee Party Jetzt müssen wir ganz viele Sachen drücken Du willst Punkte zwischen den Posen verdienen Tipp auf A, zum Arme die Posen nach, um Punkte zu erhalten, okay Zum Tanzen, okay, A zum Tanzen, okay, gut Wahrscheinlicher wird diese Berechnung, wenn man Kuchen und Sahne weglässt, findest du nicht? Butter? Und mit Senf und Marmelade, bitte sehr Was? Wie unhöflich, wie überaus unhöflich Ist es schon Herbst? Du meinst Du hast mir Konfetti zum Nicht-Geburtstag mitgebracht Ja, kannst du mal sehen So ein Unfug, das kommt vom Baum Es ist nur Laub Urlaub? Wie? Wer macht Urlaub? Hey, du! Weck da, verschwinde, kusch! Also, euch beiden sollte man wirklich mal Manieren beibringen Kann er nicht zum Tee bleiben? Oh, wir wollen mal nicht so sein Natürlich kann er zum Tee bleiben Ach du Scheiße Was für eine prächtige Idee Fertig? Mach's wie wir Du willst doch Kuchen? Ha, scheiße Also, das ist die sonderbarste Tee-Party, auf der ich je im Leben war Okay Äh Gut gemacht Und jetzt? Äh So, perfekt Oh weh, oh weh, oh weh Es ist gar nicht so einfach Äh, A zu drücken und dann auf einmal die X und B Jawohl Okay, sehr gut Jetzt kommt weiter Ich mach voll Ich mach voll Und jetzt kommt X B Sehr geil Weiter geht's A drücken Um zu tanzen La 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 Komm, schneller So, jetzt geht's weiter Jetzt gibt's die nächste Pose X, B, A Cool Cool Okay, wieder voll machen Und dann wieder die Pose nahe machen Alter, das ist gar nicht so einfach Ey So, und jetzt kommt X, B Einfach fantastisch Okay, wieder A drücken Jetzt hab ich schon fast vier Sterne Bin mal gespannt Was da noch kommt Jetzt muss ich bestimmt wieder drei drücken, oder? Jo, perfekt Gut gemacht Jetzt wieder voll machen Und jetzt kommt Jawohl, perfekt Ja, kann's mal sehen Hallo, hier drüben Äh Ja, ja, ja Warte, warte, warte Ich bin grad beschäftigt Ich muss A drücken Boah, Alter Nicht so viel auf einmal Was muss jetzt? Was passiert jetzt? Jo, gut gemacht Okay Geht noch Äh, okay Das war nicht so gut gerade Boah, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen XYB Ja, da kannst du mal sehen, ey Was ich alles kann, ey Und das alles nur für die Tee Party Perfekt Ich hab fünf Sterne Machen wir natürlich noch ganz voll Und dann kriegen wir noch ein paar Gold dazu XY Ja, perfekt Ja Okay, jetzt machen wir wieder voll Boah, ich drück die ganze Zeit A hier, ey Und jetzt ist Äh Boah, noch grad gut gelaufen Aber er sagt immer was anderes, ne Wenn ich jetzt auch gut bin und perfekt Und so, dann sagt er immer was anderes Das ist auch gut So Jetzt kommt X B Perfekt Oh, bei meinen Barthaaren Ich komme viel zu spät Oh je, ich bin hier Ich sollte schon da sein Hast du die Zeit gesehen? Zeit? Die kenn ich nicht Hat sie eine Schwester namens Uhr? Oh je, oh weh Keine Zeit für Tee Dafür schlägt sie mir den Kopf ab Ruhig Nicht so aufgeregt Was in aller Welt ist mit den Teekannen los? Keine Zeit für Abschiede Hallo Zu spät, zu spät, zu spät Tja Zu spät halt Jetzt geht er wieder weg Habe ich die Schleife jetzt eigentlich gefunden von ihr? Du kommst doch wieder Ja? Ja, ich muss ja gleich eh zu dir Um die Schleife zu bringen Wenn ich die Schleife mal gefunden hab Ich weiß das nicht genau Ob ich die Schleife gefunden hab Ah Mir fehlt nur ein kleines Stück Nur weil ich in der zweiten beim Krokodil nicht so gut war Aber macht ja nichts So, ich gehe wieder zurück Und dann muss ich zum Uhrmacher Oder zu dem Hutmacher Oder zu Alice Um die Schleife zu bringen Da werde ich gleich mal gucken Oh, irgendwie ist das toll Also ich weiß nicht So die Interaktion finde ich schon geil So Und auch Ich würde nochmal gucken Ob ich nochmal mit ein paar Geschäften fahren kann Also beziehungsweise so Achterbahn oder was auch immer da Was man da fahren kann So, es lädt jetzt Aber auch irgendwie voll geil So, der Ladebildschirm So, jetzt bist du wieder da Sehr geil Aufgabe erfüllt Wo muss ich jetzt hin? Bringe Alice Schleife Alles klar Vielleicht schreit die Königin gerade wieder Ab mit dem Kopf Hallo Du hast meine Schleife gefunden? Ja Kannst mal sehen Oh, danke Bitte Jetzt musst du dem Hutmacher aber erzählen Wie dankbar ich bin Jetzt musst du dem Hutmacher erzählen Wie dankbar ich bin Sie ist sehr dankbar gewesen Dankeschön Äh, warum gehst du da nicht selber hin? Der ist doch gleich um die Ecke, ne? Hier? Ne, Entschuldigung Der war andersrum Der war doch gleich hier irgendwo, oder? Genau Der war doch hier Ja, ich hab schon Oh nein Och du schattende Teekanne Sie muss hier irgendwo sein Oh, oh, und die Teetassen Vergiss die Teetassen nicht Oh nee Teekanne und Teetasse ist weg Oh nein Mehr Tassen Mehr Tassen Wir brauchen mehr Tassen Im Schrank Stimmt Brauchen wir Wo muss ich hin? Ah, okay Alles klar Ha, ha Du bist ja witzig, ey Ah, guck mal Da ist ne Kanne Fünf, okay Wo muss ich jetzt hin? Okay, ich soll hier folgen Okay Ich werd auf jeden Fall Den Typ Ja, wir werden jetzt erstmal Die Teekanne finden Und dann mach ich erstmal Äh Mit Ariel hatten wir ja schon Das Vergnügen, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht Wo wir hin müssen Alles klar, wir sollen hier hoch Ne, jetzt geht grad nicht Ich bin grad beschäftigt Ich muss Teekanne finden Da ist noch eine Teekanne Hallo Ich muss mal hingucken Wo muss ich hin? Hier Alles klar Ich muss wieder zurück Egal wo ich hin muss Ich muss immer irgendwo hin Aber Aber was ich Was ich halt auch Krass finde Guck mal Hier ist ein Schatten Warte Hallo Jo, zwölf Stück Alter Da sind noch Tassen Nein Teekanne ist hier noch Okay Okay Und jetzt hab ich hier noch Okay Ich weiß noch Ich weiß noch nicht mal Wo wir da genau hin müssen Äh Hier rein Ne, hier ist er nicht Ich muss ja hier hin dann Ich drehe mich ständig im Kreis Alter Was meinst du denn Ey T-Stunde Sauber Wir haben Wir haben Wir haben Wir haben Wir haben Äh Hallo Da ist die letzte Teekanne Ja So Hab ich fertig Kann ich ja den Hut Alter Kann ich ja den Hutmacher Da die Sachen bringen Jetzt wieder Äh Hier Da Da ist die Hutmacher Das sehe ich schon Das sehe ich schon Das Ganze Ja Zack Weg da Genau Ich muss Ich muss hier ran Ja 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 Dafür Dafür Ich herzlich Danken Mark Nimm dies Aus meinen Händen Sehr geil Sehr geil Abenteuer abgeschlossen Wiedersehen Wiedersehen Bin echt gespannt Ich muss unbedingt noch Ich muss unbedingt noch Okay Belle ist die nächste Alles klar Ja Warte mal Ich werde mal eben kurz Den Hasen noch eben Fotografieren Und die Herzkönigin noch Bevor ich da jetzt ganz weggehe Oder ganz wegbleibe Manche Gegenstände Genau das bin ich Das suche ich auch gerade Ich hoffe Ich erschrecke sie nicht Ja das hoffe ich natürlich auch Ah warte mal Ich muss glaube ich hier hinten hin Entschuldigung Ich muss glaube ich hier hinten hin Hier habe ich das Kaninchen irgendwo gesehen Ja sicher Sicher Alles kein Problem Ähm Hier ist auch noch irgendwas Hier geht es auch noch irgendwie lang Ich will ja eigentlich nur gucken Wegen dem Schloss hier irgendwie Ich muss hier dann wahrscheinlich Räumen Ich muss mal eben gucken Hier ist sogar Schneewittchen Schneewittchen Tut mir leid Ja ich weiß Oh Ja das ist Belle Die hat Hört mir schon Ein schöner Tag Für einen Spaziergang Nicht warten Du musst ausgezeichnete Arbeit geleistet haben Denn Buzz Lightyear hat Ja guck mal Was ich alles schon geleistet habe Wo ist die Königin ey Jetzt finde ich die nicht mehr Die Frau Was ist denn hier los Hallo Cinderella